Wir sind überglücklich, ich bin überglücklich, sehr stolz auf die Mannschaft, weil sie hat heute extreme Widerstandsfähigkeit gezeigt in allen Belangen. War kein einfaches Spiel für uns. Es waren ganz, ganz viele Fifty-Fifty-Entscheidungen, die alle zu unseren Ungunsten waren. Das Spiel extrem schwer gestaltet. Ich glaube, das 1-0 Handregel verstehe ich nicht mehr. Wahnsinn, wer sich die Regeln überlegt. Das ist ein Riesenfragezeichen für mich. Ich feiere nicht so gern, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch nicht der große Tänzer oder sowas. Nein, ich dusche jetzt erst mal, dann ziehe ich mich um. Wir haben, glaube ich, 200 Mitarbeiter, die auf uns warten. Auf die freue ich mich, die auch mal zu umarmen. Es ist ein Sieg, der auch für sie ist, für alle Mitarbeiter bei uns im Verein. Und deswegen, klar, erweise ich ihnen die Ehre und gehe natürlich hin. Aber wahrscheinlich hier ein Glas Rotwein, dann ruhig in der Ecke mit meinem Staff und mit den Spielern. Und ich muss noch ein paar Spiele nass machen heute. Das kriegen sie schön zurück. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.